Container? Kuranto! Sie planen einen Neubau, eine Sanierung, einen Grünschnitt oder eine Entrümpelung und benötigen einen Container? Schnell und einfach einen Absetz- oder Abrollcontainer bei Kuranto finden und bestellen. Unsere Absetzcontainer sind echte Allrounder. Sie sind in verschiedenen Größen zwischen 2 m³ und 10 m³ buchbar und sind besonders flexibel. Sie benötigen eine kleinere Stellfläche gegenüber einem Abrollcontainer. Unsere Abrollcontainer sind besonders gut für große und sperrige Gegenstände geeignet und bis zu 40 m³ buchbar. Sie zeichnen sich durch Ihre niedrige Ladekante aus. Bitte befüllen Sie unsere Container stets nur bis zur Oberkante. Bitte beachten Sie, dass für unsere Abrollcontainer ein Rangierabstand von 15 m und bei Absetzcontainern ein Rangierabstand von 10 m vorhanden sein muss. Unsere Fahrzeuge benötigen eine Durchfahrtshöhe von ca. 4 m und eine Durchfahrtsbreite von 3,5 m. Die Stellfläche muss einen festen Untergrund aufweisen. Sollte die Aufstellfläche z.B. durch ein Tor versperrt sein, stellen Sie sicher, dass Sie zum Aufstelltermin am Abstellort sind. Am Abholtag muss der Container ab 6 Uhr morgens frei zugänglich sein. Auf der Rangierfläche dürfen keine Fahrzeuge oder andere Hindernisse den Zugang zum Container versperren. Bitte öffnen Sie gegebenenfalls Tore und entfernen Sie Schlösser vom Container. Aber Achtung! Sollte eine Aufstellung oder Abholung nicht möglich sein, müssen die Fehlfahrten in Rechnung gestellt werden. Die Stellfläche ist versperrt oder Sie benötigen Hilfe? Gerne berät Sie unser Kundenservice montags bis sonntags von 6 bis 22 Uhr. Clever sparen, clever entsorgen. Alle Infos unter www.curanto.de